Weißt du, was deine letzten Worte sein werden? Sag mal, Mom, das ist ein Witz, oder? Großer Gott, bitte, bitte, sag mir, dass das ein Witz ist, Mom! Das ist doch wohl ein Witz! Nein, das ist kein Witz. Ich habe über 10.000 Seelen auf die Erde geholt und bei 35 geholfen auf ihrem Weg nach Hause. Das sind Zugänge, Abgänge. Dieselbe Tür. Alle unterstützen meine Entscheidung. Stehen hinter mir. Anna, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht unpassend, aber ich wollte fragen, ob wir uns vielleicht mal so treffen wollen. Wie meinst du jetzt? So als Date? Ja, so als Date. Unkel Buddy. Sie sind auch hier? Ja, ich sorge für die Medikamente und stelle die Toten seiner aus. Du bist Zahnarzt. Rose, hast du überhaupt keine Angst? Warum Angst haben vor der einen Sache, die jedem von uns bevorsteht? Sie sind auch hier. Was? Das war's. Sie sind auch hier. Ja, das war's. Wir sind nicht immer wieder. Wir sind nicht immer wieder.